ja hey Leute, ihr habt wahrscheinlich vielleicht den Clip gesehen, wo ihr Joglan habt, wenn die, wo wir das gewonnen haben. Und vielleicht halt mit alt F10 gemacht und so Zeug. Aber jetzt mache ich ein gleich Video, damit ihr seht, wie wir jetzt rausgefangen haben und so. Ich weiß nicht, ob die da klappt. Und zwar haben wir, ja... Ne, so, ne, so, ne, so, ne, so, weiß ich nicht, wie ihr ihn nicht gesehen habt. Sagen Sie es einfach mal zu. Und zwar, wir haben halt ganz viel Loot. Und holt euch Loot Drops. Äh, ja. Noch ein Liss, Alter. Nice. Ich könnte zweimal anbauen. Weil, ja, also Jan sucht jetzt zum Beispiel gerade Loot, äh, Heal und ich suche eigentlich auch Heal, aber halt durch Loot Drops und Fallen und halt auch noch Fallen dann. Ja. Ja, ähm, soll ich Big Shit mitnehmen, Nägel? Ich hab das Sniper-Fall-Heal gesehen. Was ist denn eigentlich in der Kiste? Nice, ich hab Lagerfeuer. Auch. Hä, Leute, wo ist die Kiste? Leute, ich hab einfach alle Loot Drops. Ja. Ja. Keiner ist zu den Loot Drops gegangen. Ich hab alle bekommen. Damit geht nice. Ich weiß gar nicht, wie viele Fallen ich einfach hab. Da ist hier nochmal ein Ding. Wie kommt dieser Sound? Das ist, ob da eine Kiste ist. Ja. Ich bin so einfach blind. Ich hab auch noch ein Riss. Ich hab einen Chuck-Chuck. Ne, das geht's hier nicht. Äh, lohnt's hier nicht. Ich hab noch ein Mad-Kit. Ich hab fünf Lagerfeuer, ja. Wir brauchen halt Slurps. Und Slurps haben wir halt keine so. Das ist das Wichtige. Ihr braucht eigentlich eins Nerf, weil... Es liegt so nach zweier TX-Set ganz am Ende. Ja. Ich brauche Slurps, 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 ja. Äh, brauche ich mit Jump-Hits. Eigentlich nicht. Oh, da ist nicht mehr drin. Ach so, der Gegner hat sich nicht mehr drin. Das ist halt optimal, wenn man hier noch einen Knut hat. Das ist nicht mehr drin, dort. Ich hab's Durk hier durch irgendeinen Gegner. Echt? Soll ich einen just useen? Soll ich einen just useen? Ja, ich use einen just use. Usest du einen just auch? Ne, ich use ihn noch nicht. Ja, doch. Das dauert viel zu lange. Wir haben noch 13 Sekunden. Um hochzukommen und so. Warte, ich will noch ein bisschen durch die Duden. Ähm. Ja, ok. Ich komm jetzt. Sonst ich jetzt nicht mehr. Ich hab ein Mad-Kid wenigstens. Ja, du weißt, du bist psychisch, ne? Ja, geht. Nicht mehr so ganz. Nicht mehr so ganz. Warte, bist du hier? Bist du das hier? Ja. Ja, warte, ich komm mit Eisen zu. Ja, mach das gleich. Ich hab, warte, du kopfst. Ja, ich weiß. Ich bin... Komm mal. Ja. Das ist dumm. Ja. Ja. Mist, so ist eigentlich... Oh, warte, guck mal. Da könnt ihr uns durch die Flüsse da so gucken. Ja, ich weiß. Ich mach mal kurz eine einfach Feuer. Warte. Weil ich so ein Slow bin. Ich hab 50 HP nur. atsunu ist schiefst. bei den Sprüchen solltest die Luftsz Stufe haben. in den Sprüchen soll. Ich brauche Cuba zu bewertetieren. aber es sei denn an so survivors. Wie z Cartou incsee? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.